heute ist ja der advent, deswegen wünsche ich euch von ganzem herzen eine gute adventszeit und ihr seht ja das hier er wünscht euch das auch das ist erik ich mache jetzt jeden advents ein video der wird dabei sein natürlich die mütze weil halt ja die weihnachtszeit anfängt bisher noch die adventszeit freut sich also leute wenn euch das video gefallen hat und ihren like da lassen wollt wird doch die glocke dann zum nächsten mal und bei